Jahrhundertelang war der Topkapi das Zuhause der Sultane und ihrer Familien im früheren Osmanischen Reich. Heute ist der riesige Palast mit dem darin liegenden Harem einer von Istanbuls großen Touristenmagneten. Doch gut die Hälfte seiner mehreren hundert Säle ist für die Öffentlichkeit tabu. Wie dieser Teil des Harems mit einer Abfolge prächtiger Apartments aus dem 18. Jahrhundert. Es gäbe enorme Sicherheitsprobleme, wenn der gesamte Bereich kontrolliert werden müsste. In diesen Räumen ist seit Jahren das Wasser abgestellt. Alles hier ist aus Holz. Schon der kleinste Feuerfunke hätte fatale Folgen für den Palast, der sich über eine Fläche von etwa 100 Fußballfeldern erstreckt. Die größte Gefahr für die historischen Bauwerke und die darin bewahrten Schätze stellen allerdings die Besuchermassen dar. Es sind viel zu viele Besucher. Zwei Millionen im Jahr. Schon ihre Atmung verursacht beträchtliche Schäden. Deshalb sind einige Räume geschlossen. Auch der Turm der Gerechtigkeit ist seit Jahren für die Öffentlichkeit tabu. Dabei ist er eines der weit sichtbaren Hauptsymbole des Topkapi-Palastes. Von hier aus wurde einst über die Sicherheit des Osmanischen Reiches gewacht. Ein Teil des Gebäudes wurde bereits restauriert. So soll der Turm wieder besichtigt werden können. Ja, das ist geplant. Dafür brauchen wir jedoch noch etwas mehr Zeit. Aber der Turm wird bald wieder für Besucher geöffnet sein. Vielleicht nächstes Jahr. Denn 2010 ist Istanbul Kulturhauptstadt Europas. Zu diesem Anlass werden einige der geheimen Räume des Topkapi-Palastes zugänglich gemacht. Manche von ihnen beherbergen Möbel von unschätzbarem Wert, wie diesen Thron einen wahren Schatz der osmanischen Kunst. Insgesamt hat der Palast rund 200.000 Objekte zu bieten. Und nur ein Bruchteil davon ist für die Öffentlichkeit zu sehen.